Sache, wenn die hier kein Eiblali mehr gucken wollen, ich nix dafür können. Was hast du vor? Oder ich kann auch nix dagegen machen, also. Wow, was für ein Glück, ich sehe eine Anzunge. Wow. Keine Spur von Bönern, aber dicht bewaldet, da kann man eine Menge Holz haben. Hm, wenn ich hier Arbeitsmammuts habe, dann könnte ich die doch mal da hinschicken. Dann mach ich gleich mal zwei Speer. Und nochmal zum Axtkrieger. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Dann würde ich mir hier schon mal einen Druiden herholen. Ich werde für euch kämpfen. Und ich wette, ich wette, es kommen dann auch irgendwann mal so Kommentare mit, Hey Aska, würdest du Lords of the Fallen spielen? Und bla und bla und bla. Wenn, solltet ihr mal solche Fragen stellen, dann, äh... Ich werde es euch irgendwann mal beantworten, wenn ihr mal die Fragen, solche Fragen stellt. Ich glaube, ich werde noch ein Infovideo dazu machen, dass ich hier auch Twitter habe. Ob ich groß aktiv bin, äh... Das weiß ich noch nicht. Allzeit bereit. Ja, gut, er heilt aber richtig schnell. Das muss ich mal gucken, weil ich bin, also... Am PC bin ich jetzt nicht so aktiv auf Twitter. Wenn, dann könnte ich mehr übers Handy auf Twitter aktiv sein. Plus, hab ich's noch nicht so ganz raus, wo ich hier diese Tweets lesen kann, ähm, die an mich geschrieben werden, beispielsweise. Wobei ich hier jetzt noch nicht so viele Zuschauer habe, die mir irgendwelche Tweets schreiben. Aber ich glaube, das kommt noch. Und ich würde mal sagen, wir... Wir reinigen hier erstmal die Umgebung, weil ich würde da gerne eine Mauer bauen. Weil das ist noch nicht in Reichweite der Türme von denen. Und dann greifen wir aus der Richtung wahrscheinlich an. Ach, da stehen ja sogar welche. Wo kommen die bloß her? Au. Ich glaube, wir sollten euch die Hübschen nach einer Hintertür ausschau halten. Ich darf immer Hübschen-Hübschen-Hübschen. Dann sollten wir drei Hübschen mal nach einer Hintertür ausschau halten. Ich würde mal die galle Mimis wegmachen. Genau, jetzt wollen wir! Das könnte funktionieren. Eine kluge Wahl. Guter Gedanke. Oh, ich dachte, Cole wäre auch schon auf der einen Stufe, aber naja. Dann bleibe ich mal hier. Wo sind meine Bauarbeiter? Was gibt's? Ja? Ihr, ja. Werdet mir da alles abbauen, aber ich würde erst mal sagen, ihr da baut ungefähr hier... Was gibt's? Gibt's Arbeit? Ja? Nein, ihr da baut mir mal von da bis nach da drüben. Jemand verletzt. Was hin? Ich will kämpfen. Ich hole mir jetzt den Schiffsbrecher. Er höre den Schaden bei allen Schiffen des Spielers. Und das ist der Schaden, den meine ganzen Schiffe machen. Und nicht den sie bekommen. Platz da! Platz da! Oh, Cole wurde von dem Turm angegriffen. Da kommen bestimmt gleich welche raus. Ja. Ich müsste die dann aber von der Mauer fernhalten. So lange, bis ich dann bessere Türme bauen kann. Oder eher gesagt, dann die richtig Harten. Denn nur die Harten kommen in den Garten. Wer härter ist, wird Gärtner. Aber bist du auch badass genug, um in den Wald zu gehen? Schon unterwegs! Schon unterwegs! Wua! Zack! Toast! Töt! Los! Tod! Und verderben! Den Gegnern! Oh oh, da kommen noch ein paar Krieger! Ich sperre die einfach hier dann aus ihrem Heim aus. Oder eher von diesem... Einen Punkt... Ah, da kann ich das Tor setzen. Schnell! Ach! Nächste Aufgabe! Stets bereit! So... Schon unterwegs! Dann hab ich den... Jetzt hab ich den erstmal hier mal mit dieser... Gebiets-Einschränkung von denen mal gezeigt, wer hier der Boss ist. Dass dieser ganze Teil da hinten gehört mir. Und denen gehört gar nichts, nur ihr Teil da oben. Und da können sie von mir aus auch verrotten. Was? Die Baumstammkanonen erlauben ist... Türme und Mauern aus sichtlicher Entfernung anzugreifen. Baumstammkanonen verfügen jedoch über keine Redung nach. Leute, ihr habt gehört, ich brauch Baumstammkanonen. Es geht! Aber ich muss zuerst hier... Steine abbauen. Und ihr da hinten werdet mir dabei sehr behilflich sein. Und die werde ich da jetzt nicht vorm Fleck bewegen. Nein, die lasse ich jetzt erstmal hinter das Tor gehen. Könnt ihr die noch zu einer Mauer machen? Allzeit bereit. Wohl überleben. Eine ausgezeichnete Wahl. Überleben. Eine kluge Wahl. Eine beträgliche Entscheidung. Geht's abbrechen. So. Jetzt brauche ich mal was von dem Stein da hinten. Dann kann ich hier gleich mal auch mal ein bisschen die Nahrungsmengen, die hier umtransportiert werden können, mal so ein bisschen erhöhen. Und ich würde dann sagen, hier werden dann die langsam aber sicher, dass so ein Arbeitsmammut hier die Dingens ersetzen, die Steinarbeiter und vielleicht auch die Holzarbeiter. Ich weiß das nicht. Ich habe jetzt erstmal schon mal genug Stein, um das hier zu einer Mauer auszubauen. Eine Mauer ist viel robuster als so eine Palisade. Was gibt's? Was gibt's? Jemand einen Arbeitsmammut bestellt? Ja. Was gibt's? Das haben wir. Los geht's, Süße. Los geht's, Süße. Was gibt's? Was gibt's? Und dann kann hier auch mal das Zeug hintransportiert werden. Oh, jetzt kommen sie mit den Ankylogiftkatapulten Macht euch bereit Da brauche ich ein paar Nicht nur ein paar, sondern Eine Menge Um hier die mal auszuschalten Aber ich glaube Ich würde mal sagen, mit den Neueren Türmen, die ich dann haben werde Wird das dann kein Problem mehr sein Da der Zuball hier Zudem eh nicht vergiftet werden kann Na, ist klar Ich will kämpfen Auf dem Weg Ich kann auch den Erzdroiden schon bald holen Ich gehe vor Loll, wie Cole hier einfach mal einen Schadensbonus von 12 kriegt Baumstammkanone ist Einsatzbereit Und jetzt dann Ach, wir brauchen hier noch 1500 Nahrung Was für ein Spaß Da müssen wir warten So, sie werden wir hier noch Ja Schon unterwegs Gibt's Arbeit Ja Ja Warum baut der da weiter Was gibt's Hm Das da macht 100 Schaden Macht euch bereit Und nennt sich Großer Turm Und nicht kleiner Turm Und hat 500 Leben mehr Ich werde da lauter große Türme bauen Aber das ist noch nicht Noch lang nicht alles Muss ich euch dazu noch sagen Aber ihr Das werdet ihr noch sehen Oh oh Da kommen jetzt ein paar Wüstenreiter Und sie sind bestimmt Nicht sehr erfreut darüber Dass ich hier baue Ich gehe vor Ich will jetzt gar nicht wissen Wie das für den Stegosaurus ist Wenn hier dann solche Wikinger mit ihren Dann so herkommen Und dann mit ihren Echsen in den Rein hacken Dann sie herkommen So Die Türme können nichts machen Die werde ich auch noch ausschalten Auf dem Weg Da lang Geht's los Geht's los Okay Geht's Arbeit Ihr werdet Alle an dem Teil bauen Je mehr Arbeitskräfte desto besser Ja Dann baue ich halt da schon ein Hörn Und dann noch ein Ver- 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 Verstörg die Verteidigung Lass niemand durch Hm Baumstammkanone 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 Baumpferd Sie produzieren mir glaube ich irgendwie ein Verletzungen Daburiew firefightiere Ich brauche Fischerboote. Fischerboote. Schon unterwegs. Fischerrote. Gibt's Arbeit? Was gibt's? Ah, Holz. Ja. Ja, von mir aus. So könnt ihr an dem ollen Turm nicht mehr bauen. Ja. Wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt ein Arbeitsstreik? Ich hab dafür 500 Rohstoffe ausgegeben, Alter. Ja, aber an dem können sie bauen, ja? Ja, schon unterwegs. Ja, du baust da ja nicht dran, das ist mir klar. Ich hoffe, wenn sie mit dem fertig sind, bauen sie an dem weiter. Macht euch bereit. Da kann ich nur hoffen. Okay. Den Turm will ich haben, den Ballistenturm. Das ist der stärkste Turm, den man in dem ganzen Spiel haben kann. Oh, ich kann verstärkste Maus schon machen. Die greifen mein Tor an. Ach, da muss der sich, müsste der sich, müsste der sich, oh, der kann die angreifen. Ja. Ein Kühle-Katapult mit Raptoren. Kann der das auch da hinten angreifen? Nein. Kann er nicht, okay. Ja. Oh ja, jetzt sind wir mit ihm fertig. Was geht's? Hier! Noch eins von Berries Schmuckstücken! Was ist? Freut ihr euch gar nicht? Doch, doch. Aber wenn den Strand so betrachtet, kommt mir eine Idee. Invasion von hinten. Ja, lauf! Sicher. Was geht's? So, ihr untötigen Stücke. Ihr baut mir jetzt da. Ihr repariert mir jetzt mein Tor. Was geht's? Was gibt's? Ich bau da ein Forsthaus hin. Wo bauen die hier bitte Holz ab? Ach, da. Naja. Ich würde sagen, wir bauen hier mal Fischermote. Rabenschiff, ein Drachenboot. Ein Schlachtschiff. Dann werde ich hier mal Fischen. Und der nächste Turm ist fertig. Zumindest gleich. Du bewegst dir mal deinen Arsch hierher. Deinen dicken Mammutarsch. Baumstammkanone. Ich werde den hier so, ich werde hier diese Punkte so mit Türmen versehen, dass, dass den hier hören und sehen vergeht. Was gibt's? Vorwärts! Bewer doivent Rhin Adding dementia. Du club Pastor sch Deutsche L Kommutas, den ich wieder höre. Und du gemeier trecht. Verwärts mit twelve turns nach vorne. Bewerbbar. Du specialize.